Hi! In diesem Video machen wir zusammen einen Iris Stew. Das ist ein irischer Rindfleischeintopf, der klassischerweise mit einem Guinness Bier aufgegossen wird und danach längere Zeit im Backofen schmorzt. Dazu passen zum Beispiel Brot oder auch Nudeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und beim Probieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.